Wir sanieren Deutschland. Das ist unser Motto seit bereits zwei Jahren. Zum einen, weil der rasant wachsende Sanierungsmarkt einfach passende Systemlösungen braucht, die wir von MAPEI bieten. Zum anderen, weil uns das Thema Nachhaltigkeit auch am Herzen liegt. Wir haben mit euch von Dresden bis nach Düsseldorf, von Hamburg bis zum Bodensee, diverse Objekte saniert. Vom sozialen Wohnungsbau bis hin zu hochwertigen Stadtvillan. Somit ist für 2023 das Thema Wir sanieren Deutschland auch wieder auf der Agenda und das Ganze mit euch. Wir sanieren Deutschland mit euch! Das Musik Wir sind ein những